Wir machen was für den politischen Bildungsauftrag, weil wir haben uns gedacht, das kann ja nicht sein, dass eigentlich im letzten Video, im letzten Stream haben wir festgestellt, was, was, das steht alles in den Wahlzielen, im Wahlprogramm von der Ampelregierung drin, das wussten wir gar nicht. Dann haben wir uns gedacht, eigentlich müssten wir mal ein Quiz machen, wo wir abfragen, also ein bestimmtes Statement aus irgendeinem Wahlprogramm und ihr müsst sagen, welche Partei. Das wäre jetzt so die Idee. Ja, wir machen es aber auch ohne Umfrage, ihr schreibt es einfach in den Chat, was ihr denkt. So, wie bekommen wir das auf den Schirm? Also, welche Partei sagt, die Loyalität der Abgeordneten muss den Bürgern und dem Staat gelten, nicht den Parteivorständen? Einfach in den Chat. Das Ding ist, also das stimmt, das steht ganz oben in dem jeweiligen Parteiprogramm. Ja, von der Bundestagswahl 2021. Ja, wir fangen mit einer leichten Frage an. Wenn ihr sagt am Ende, das ist cool, da können wir noch was lernen, dann machen wir das öfter. Das ist mal ein Test heute. Also, ich glaube, wir können es auflesen, lösen. Ihr habt alle recht. Das ist halb dick. So, dann haben wir das zweite. Ich fand es einfach so witzig, als ich das gelesen habe. Aber ich musste das nehmen, weil es ist einfach kein typisches Thema, was man auf dem Schirm hat. Du wolltest mich doch jetzt ärgern. Das ist eigentlich total wichtig. Das ist ja eigentlich auch, was denn? Dass ich das jetzt vorlesen muss. Was ist denn mit der Wild-Bret-Gewinnung? Brät? Ja. Brät ist zum Beispiel ein Maultaschen. Das ist nicht Brät? Mit L? Das ist doch... Keine Ahnung, ich dachte, das wäre so gleich. Also, das ist wirklich ein Wort, das habe ich noch nie gehört. Aber eigentlich ist es total wichtig für den Umweltschutz, das Thema. Okay, wir haben nicht so viele, die da jetzt einen Tipp abgegeben haben. Wir haben FDP, AfD, CDU, CSU, also eher rechteres Spektrum, ne? BP Bayern Partei, AfD. Was ist denn dann, du? Gibt es nicht ein Vogel? Das ist doch so ein Vogel, oder? Ja, ich meine auch. Muss auch mal. Ja, das ist so ein... Kiwi. Das ist so ein Kiwi. Ein A, der auf dem Boden läuft. Mhm. Vom Aussterben bedroht. Okay, dann muss man sich vielleicht nicht bejagen, aber ja. Okay, Freie Wähler, CDU, CSU, vegane Partei, die ganz bestimmt. Brät in Maultaschen, ja. Die Wildbrätpartei, oder? Ich glaube, du kannst es auflösen. Es ist die FDP. Tatsächlich. Wohl. Also, wir haben nur die Gängigen genommen, die die 5-Prozent-Hürde in der Regel schaffen. Mhm. Das war ein schöner Seitenhieb, oder? Ja. Ich bin stolz. Selbst Bier hat mehr Prozent. Oh mein Gott. Das ist gut, das kann ich auch nicht. Echt? Nee, das gefällt mir. Das ist hier so der Running Cake, ja. Okay, dann machen wir mal Nummer 3. Welche Partei sagt, Wir setzen uns für Rundfunkräte ein, die die Vielfalt unserer heutigen Gesellschaft besser abbilden, durchsetzungsstärker sowie Sender- und staatsferner werden. Oh, Werten ist groß, aber ich habe es genauso aus dem Wahlprogramm. Das lässt sich vielleicht auch schon anschließen. SPD. Auf jeden Fall linkes Spektrum, gell? Ja, das geht schon in die richtige Richtung. Vielfalt. Das ist schon witzig. So, dann haben wir, richtig war Mel, Albert, Objekte Mist und der Bob. Das waren die Grünen. Oder es sind die Grünen. Witzig. Ich habe selbst, ich habe innerlich lachen müssen, als ich das gelesen habe. Das ist nicht das erste Mal. Ich habe schon mal in das Wahlprogramm von denen reingeschaut und habe echt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wegen den Schreibfehlern. Ich meine, wir haben es ja letztes Mal gehabt. Ja, das stimmt. Aber ich habe es echt nicht gemerkt. Ich habe echt nichts korrigiert. Wenn ich in den Sätzen was geändert habe, habe ich es immer mit drei Punkten kenntlich gemacht. Lustig. Okay, und dann viertens. Welche Partei sagt, wir wollen die Bürgerinnen und Bürger beim Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum entlasten? Dazu wollen wir bei der Grunderwerbsteuer einen Freibetrag von bis zu 500.000 Euro für natürliche Personen einführen. Ja, Metal, Leute. Metal. Jetzt aber die SPD. Pass. Also ich finde es immer schon gut, dass sich alle einig sind, ob wir quasi uns eher Richtung links oder Richtung rechts bewegen. Okay, also das ist lustig. Ich habe hier noch keinen, der richtig getippt hat. Doch, der Albert. Ja, doch, der Albert. Albert, du bist ein Kenner. Du hast die alle gelesen. Ja, ja. Ja. 50 Prozent, die hier trollen. Da kommst du rein und trollst. Du hast getrollt. Hier wird nicht getrollt. FDP. Dann haben wir noch zwei. Welche Partei sagt, langfristig halten wir eine grundsätzliche Reform des Geldsystems für notwendig hin zu einem freien Währungswettbewerb oder einem goldgedeckten Währungssystem? War das auch nicht mal die Idee vom Dollar, vom US-Dollar? Die hatten doch auch mal, glaube ich, in Fort Knox immer die gleiche Goldmenge wie es Dollar gab, bis sie halt irgendwann drauf geschissen haben. Aber an und für sich ist sowas ja auch nicht verkehrt. Goldgedeckt. Dass man sagt, hinter der Währung, das ist nicht nur Papier, sondern ist was dahinter, oder? Mhm. Das ist ja der Hintergrund. Ja, und hier sind wir uns alle einig, dass das von der AfD das stimmt. Ja. Bei uns ist das Habeck gedeckt. Ist eigentlich traurig und nicht lustig. So, dann haben wir noch eins. Welche Partei sagt, die Bundeswehr muss aus allen Auslandseinsätzen abgezogen werden? Das ist lustig. Wird der AfD oder der Links. Ja, okay. Irgendwas Radikales. Oh, Breite. Grünen? Ja, weil die Grünen immer das Gegenteil von dem machen, was im Wahlprogramm steht irgendwie. Wirklich, ja. AfD, AfD, Linke, Grüne, okay, witzig. Es waren tatsächlich die Linken. Da geben sich wahrscheinlich Linken und Rechten so die Hand. Ja. Ich will aber auch gerade nicht bestreiten, dass das vielleicht nicht auch bei den Rechten drinsteht. Möglich. Was ich aber auch wirklich interessant finde, bei den Linken weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß von unglaublich vielen grünen Politikern, die immer dann für alle Kriegseinsätze gestimmt haben. War das bei dem Gysi nicht auch so? Wenn du dir bei dem anschaust, wie der immer abgestimmt hat im Bundestag, der hat immer für alle Kriegseinsätze gestimmt. Das war's.